In diesem Video geht es heute um Boxplots. Und zwar sehen wir uns an, wie ein Boxplot aufgebaut ist und wie man selbst einen erstellen kann. In einer Klasse wurde eine Umfrage durchgeführt, wie viel die Schüler an Taschengeld pro Monat erhalten. Das Ergebnis wurde in diesem Boxplot oder Kastendiagramm dargestellt. Ein jeder Boxplot besteht aus einer Box, dem linken und dem rechten Whisker, die auch Antennen genannt werden, und dem dazugehörigen Zahlenstrahl, damit man auch Werte ablesen kann. Man kann einen Boxplot in vier Teile zerlegen. Diese Teile werden auch Quartille genannt. Jede dieser vier Quartillen entspricht genau 25% der Daten, die zuerst erhoben wurden. Hier siehst du nun in grün eingezeichnet fünf Werte. Diese fünf Werte werden auch als die fünf Kenngrößen eines Boxplots bezeichnet. Ganz links finden wir das Minimum, das vom Whisker angegeben wird. Es liegt bei 6 Euro. Der Beginn der Box beim ersten Quartill liegt in diesem Fall bei 13 Euro. Der Strich in der Box ist der Median oder auch der Zentralwert. Er liegt bei 18 Euro. Das dritte Quartill markiert hier das Ende der Box und entspricht 26 Euro. Und am Ende des rechten Whiskers, also der rechten Antenne, finden wir das Maximum mit 31 Euro. Die Box repräsentiert in einem Boxplot genau 50% aller Daten. Wir können hier nun also ablesen, dass 50% der Schüler zwischen 13 und 26 Euro pro Monat an Taschengeld bekommen. Das erste Quartill, die ersten 25% bedeuten, dass 25% der Schüler zwischen 6 und 13 Euro erhalten. Das zweite Quartill bedeutet, dass 25% der Schüler zwischen 13 und 18 Euro erhalten. Das dritte Quartill bedeutet, dass 25% der Schüler zwischen 18 und 26 Euro erhalten. Und das vierte Quartill Quartill bedeutet, dass 25% der Schüler zwischen 26 und 31 Euro erhalten. Nun wollen wir uns ansehen, wie man so einen Boxplot erstellt. Du siehst hier eine Liste. Aus dieser Liste müssen wir nun die fünf Kenngrößen des Boxplots herausarbeiten. Wir beginnen mit dem Median oder auch dem Zentralwert. Der Median teilt die Liste in ein unteres Quartill und in ein oberes Quartill. Das Minimum in dieser Liste ist 6. Das Maximum ist 32. Als nächstes müssen wir es noch bestimmen, das erste Quartill und das dritte Quartill. Das erste Quartill ist wieder der Zentralwert, diesmal aber nur vom gelb markierten unteren Quartill. Da das untere Quartill hier aus sechs Elementen besteht, nämlich 6, 6, 8, 12, 14 und 16, finden wir das erste Quartill genau zwischen 8 und 12, in diesem Fall 10. Der Zentralwert im oberen Quartill liegt zwischen 21 und 24 und liegt in diesem Fall nun bei 22,5. Mit Hilfe dieser fünf Kennzahlen können wir nun unseren Boxplot zeichnen. Wir beginnen zuerst mit einem Zahlenstrahl. Da das Minimum 6 ist und das Maximum 32, habe ich hier einen Zahlenstrahl von 0 bis 40 gewählt. Im nächsten Schritt zeichnen wir die Box. Die Box geht vom ersten Quartill von 10 bis zum dritten bei 22,5. Wenn du einen Boxplot in dein Heft zeichnest, würde ich dir empfehlen, dass du die Box ca. 2 cm hoch zeichnest. Im nächsten Schritt zeichnen wir den Median, den Zentralwert ein. Er liegt hier bei 19. Dann folgt der linke Whisker, der beginnt bei 6, da das Minimum in diesem Fall 6 ist. Und zum Vervollständigen benötigen wir jetzt noch den rechten Whisker. Der geht bis 32, da das Maximum in unserer Datenliste 32 ist. Diesen Hefteintrag schreibst du bitte wieder wie immer in dein Schulübungsheft. Die Begleitaufgaben findest du in der Videobeschreibung oder auf meinem Blog und ich freue mich auf die nächste Mathematikstunde.